Wie reise ich eigentlich mit meinem Sierrad als moderne Zirkusartistin? Mein Sierrad kann man auseinander schrauben in fünf Teile. Das wiegt dann so ungefähr 14, 15 Kilo. Damit kann ich in einem Flugzeug fliegen, kann es mit ins Auto packen, sogar den Zug damit nehmen. Es ist eigentlich sehr leicht mit dem Sierrad auch um die Welt zu fliegen.